Action-geladene Achterbahnen, ruhige Fahrgeschäfte und tolle Shows abgestimmt für die ganze Familie. Das ist das Konzept des Freizeitparks La Haren und er lockt damit über eine Million Besucher jedes Jahr in die Niederlande. Und diesen Park stellen wir euch heute vor. Der Freizeitpark La Haren liegt direkt an der deutschen Grenze. Top aktuelle Fahrgeschäfte finden sich hier ebenso wie romantische Karussells mit Patina und Charme. Was den Park so besonders macht, erzählt uns jetzt Kumi van der Taas vom Freizeitpark La Haren. Man geht in den Freizeitpark rein, ohne dass da ein großer Laufweg sind. Es gibt sehr gute Gastronomie-Möglichkeiten in La Haren. So der ganze Aufenthalt aus Pauschale, ich glaube, das ist die Vielfalt, die man hier findet in La Haren für die Familie. Und das macht uns anders als andere Freizeitparks, die größere Laufwegen haben und etwas weniger kompakt sind. Hier in Sla Haren gibt es neben Fahrgeschäften und Achterbahnen auch jede Menge Shows und die haben immer wieder ein neues Programm. Bei Sparm mit Reisen haben wir mehrere Angebote für Sie, ob in den verschiedenen Ferienhäusern oder in den Wigwams. Jeder findet hier die geeignete Unterkunft für sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017